Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play GTA 4, The Ballad of Gay Tony. Eine Weile ist vergangen, seitdem ich gespielt habe. Dementsprechend spielen wir jetzt weiter. Yo, Motro! Yo, Motro! Okay. Ein sehr intelligenter Taxifahrer, wie man sieht. Gut, wir gehen zum Wegpunkt. Einfach mal überspringen und so weiter und so fort. Wir gehen zum Mori. Das letzte Mal haben wir, glaube ich, für Tony eine Mission erledigt. Irgendwas mit Bang Bang. Don't play with the window. Thank you very much, Yo. I mean that. Okay, thank you. And let's fetz. We're in die Mission ran. This ain't track of. Hey, Lou, come on in. Hang on one second. Check. Mate. See ya. Little thicko never went to college. I never got into an Ivy League school. I got into two. Yeah. Come on, let's get out of here. Okay. Das sagt schon mal alles. Oh, mit dem Wagen mal wieder. Und ich noch fahren. Iyyei. Das freu mich so. Was? Helikopter? Sag mal nicht, ich muss schon wieder fliegen. Ich hab den Xbox-Controller gar nicht rausgeräumt. Oh, Moment. Nein, nein, nein. Ich kann mich, glaube ich, erinnern. Oh, gut. Ich muss doch nicht fliegen. Du bist ein bisschen Luise, wenn ich es so will. Du hattest mir immer Geld, also du bist immer meine B***. Oh, Mann. Tony, du hattest mir, Bro. unterwegs sind, mein Gott. Ah, hier ist das verbrannte Taxidepot. Von Roman. Ich habe alles. Ich habe alles mit mir. Du bist mit mir voll-time, Umbre. Freunde für Leben. Alles oder nichts, oder? Alles in Ordnung? 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 Riesk calculiert. Was sollst du machen? Okay. Was sollst du beten? Es ist eine Runde, du verdammt. Alles in der Stadt. Nur für sehr viele Rollercats. Choppers, Boats, Autos, und alles in der Zwischenzeit. So all I gotta do is win that? And you out of our lives? In theory, yes. But that ain't gonna happen, dog. Cause I never lost at nothing in my old life. Maybe that's because I had a brother as pathetic as little B. Or maybe it is because I am the S-H-I-T, bitch. Yeah, you shit, all right. Well, if you do win, which you won't, you just gotta help me with one more thing. And then all your contractual obligations are released. Okay, here's to that. Get off the road, you fucker! Na gut, dann werden wir uns da mal hinbegeben. Was? Ja, ernsthaft, ja. Manche Leute fahren hier als würden sie... Keine Ahnung. Schweinehände haben. Genau. Schweinehände haben. Los, mich vorbei. Mein Wagen raucht schon. Gesund, gesund. Vorsicht. Ach, driften. Feuerwehr. Ein Feuerwehr. Wagen. 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 Den holen wir uns. Lass uns wieder eine Scheißkarre... Oh, ok dann nicht. Schade. Ich hätte gerne einen Feuerwehrwagen gehabt. Ah ja man kann nicht alles haben. Wie lange muss ich noch fahren? Ah, meine Verdienst, meine Verdienst, doch geht der Null. Unglaublich. Wir sind da. Okay. Yeah, tight. 3, 2, 1, go! Boah, wir hatten die Ehre, dass Jackie Chan uns hier den Kommentator macht. Nein, 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 das war rassistisch, tut mir leid. Nicht jeder Chinese ist Jackie Chan. Okay, da unten. Sehr, sehr spät aufgeploppt, aber immerhin. Ich glaube, ich weiß schon, welches das schnellste ist. Da erinnere ich mich noch dran. Bla, 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 bla. Oh, Mann. Der Daddy, der Daddy, ich bin der Daddy. Was? Du hast hingeschissen. Das ist so ein böser kleiner Mordi. Verdammt. Shit, ich lande im Wasser. Ja, fuck. No, genehm sich die Besten. Gib mir den. Arschloch. Ja, toll. So mal schlecht angefangen. Es ist schon, wenn du einsteigen willst. Na, die haben sich den Besten bereits genommen und ich glaube, ich habe den Schlechtesten abbekommen. Naja, egal. Ist ja nicht so, als würde ich den nicht gleich einholen können. Leider Gottes dürfen wir hier nicht ballern, sonst wäre die Sache noch einfacher. Naja, kann man nichts machen. Ich glaube, es gab einen Erfolg, wenn man mit dem Fallschirm im Boot landet. Glaube ich. Könnte sein. Aber ist egal. Shit, die sind doch recht schnell. Ich komme denen gar nicht hinterher. Ich hätte es nicht gedacht. Normalerweise habe ich das Rennen immer ziemlich einfach abgeschlossen. Da war ich jederzeit der Erste. Na ja, ich habe es schon länger nicht mehr gespielt. Blöd ist blöd. Das bin ich leider. Ah, den Ersten, da haben wir mal überholt. Bei den Dritten. Hey, was willst du? Hier wäre ein Verrückung vor der Belli, Alter. Na ja, den Underdog, den hat niemand auf dem Radar. Und dann ist er der, der gewinnen wird. Sag ich einmal. Jeder liebt den Underdog. Hey, Mori habe ich gleich überholt. Oh, man ist der Zweiter. So ein Loser. Ah. Ist die Frage, müssen wir nur ihn überholen oder allgemein Erster werden? Wahrscheinlich allgemein Erster. Oh, der vorne ist, glaube ich, gleich zu Ende mit den Booten. Da müssen wir mit den Wegen weiter. Und da habe ich eine gute Chance, wieder aufzuholen. Würde ich mal sagen. Oh, 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 shit. Ach, gestrandet fast. Mein Gott. Den, den da vorne erwische ich nicht mehr, gell? Der hat auch das schnellste Boot, glaube ich. Ich kann mich erinnern, das kleinste von den Booten ist das schnellste. Und hier habe ich irgendwie das fetteste Boot abbekommen. Ah, da vorne ist Zönde. Shit. Ah, verdammt. Volle Bulle! Los, 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 los! Ich bin mir egal, ich nehme ihn hier direkt hin. Fahr, 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 fahr! Halt den Mund. Halt den Mund, Alter. Das hat ja jetzt Nitro. Auf muss ich mich einstellen. Aber das kann ich mir auf nur Geraden machen. Los! Ja, feststellt hast du. Los, fuck! Kurve! Ah, scheiße. Na egal. Ich krieg den schon. Aber eigentlich feststellt hast du. Das Schiff tut sich viel besser anbieten. So, jetzt krieg ich dich. Aber eigentlich nur ich Nitro oder setze das auch ab und zu mal an. Ach, ja, erster. Da, wo ich ihn gehörte. Oh, scheiße. Servus. Und tschüss. Fahrerskill. Nicht vorhanden. Ah, da sind wir jetzt auch. Na schön. Wir sind angekommen. Er ist da. Und die Mission haben wir beendet. Und die Mission haben wir beendet. Und die Mission haben wir in der Mitte. Und dann ein voll-time DJ. Und dann um Los Angeles-based... Ouch, man. Das muss man sein. Das ist ein Pflanz für dich. Das ist ein Pflanz. Bullshit, man. Aller muss jemandem mich zu verabschieden. No, shit, no. Ich wollte zu verlieren. Du denkst, Tony's cash ist mit mir? Ich habe andere Investoren. Ja, gut für dich, Tiny. So, um, wir müssen uns wiedersehen? Ich habe dir gesagt, Louis, ein weiterer Job. Ich habe ein paar Autos zu verkaufen und du kannst mir helfen. Komm bei Brucey und wir haben es geschafft. Ja, okay, Bro. Ich habe mir gesagt. Was machen wir als nächstes? Was machen wir als nächstes? Jetzt haben wir ihn und noch da, ne? Ich bin mir noch nicht sicher, ob das vielleicht nicht irgendwas mit Helikopter zu tun hat. Das nächste Mal, wenn ich aufnehme, sollte ich mir den Xbox-Controller beiseite legen, weil mit der PC-Steuerung habe ich das bisher noch nie hingekriegt. Nicht ordentlich. Vorsicht! Na ja, natürlich ist jetzt das Nitro weg. Das mache ich übrigens absichtlich. Ich fahre hier in jeden rein, damit ich zeige, wie geil ich bin. Versteht man. Oh, da hat die Textur noch nicht geladen. Jetzt schon. Und da ist eine fremde Person. Wollen wir vielleicht die mal angehen? Ah. Schauen wir mal. Können wir ja doch auch einmal machen. So eine Nebenmission. Oh. Oh. Hi, Luis. Wow. What a coincidence. Hey, Margo. How are you? What are you doing here? I was just, just meeting someone. A date, actually. A Hercules? It's a gay club. You never answered my calls. Yeah, I'm sorry. Or my emails. Yeah, I meant to. I'm just... Fucking rude. Yeah. Look, I got a lot going on. Did you get the book I sent you? No. The flowers? No. Listen, Margo. You're a nice girl, and it was nice hooking up with you, but it was over a year ago. What's time got to do with anything? It's... It was a long time ago. I mean, it's time to move on. You're pathetic. You know that? You think you're such hot shit, don't you? No, I'm more like cold shit. But seriously, I just don't want to marry you. And no matter how many letters you send me, or chocolate bunnies, or skywriting my name, or naming stars after me, or whatever. It's nothing personal. No. Rejection never is personal. You know, my dad was right about you. Your dad? Look, he probably was, okay? But if you'll excuse me, I gotta go. You can't go. But I can go. You can't. I'm going to die. Why? I just took 37 pain killers and 15 sleeping pills. There, there's the bottle. I'm going to die. And it's all your fault. Oye, but you're crazy. I'll be dead soon. Either get me to the hospital, or I'm dead. You fucking idiot! Tja. Jaja. Das hab ich auch immer das Problem mit den Girls. Die können einfach nicht loslassen, wisst ihr. Why do I love you so bad? You're driving all funny, Lise. Are you worried? Come on, baby. I think I can feel my heartbreak, baby. No dumbass. My sister Liverpool. You're my fucking savior, Lise. Tja. The only thing going near their mouth is a tool for the stomach pump. Bah, fuck. Action. Let's end it all, Lise. Na gut. Hold me, Lise. You're the only thing, bitch. You'll be really good if you die on me. I was really stupid, wasn't I? Now you're starting to understand. Thank you. I got this, isn't it? Oh, no. What the? She has the nerve to the stomach. Get in there. You're the doctor's problem now. You're not coming in? You could hold back my hair when they pump me. I see enough bulimic bitches at the club, Margo. You're on your own. I love you. You're in the middle of the doctor's. What did you do? How can you kill someone that's not even human? Gut, das hätten wir ja beendet, ja. Geh ja recht schnell. Mal ja noch eine fremde Person machen, wenn wir hier gerade in der Nähe sind von irgendwas. Jo, da sind wir direkt. Gehen wir gleich zur nächsten fremden Person. Können wir ja auch mal machen. Ja, ich hab glaube ich zwar gesagt einmal, dass ich das nicht mache, aber jetzt hab ich gerade mehr Lust auf das als auf eine normale Mission. Haha. Driver's kill. Hey, wassup? In that case, fuck you. Oh, that's fairfut. Oh, who am I to complain? My country is not much better. We are the worst. My people watch American television and then they complain about it afterwards. Oh la la, I am rich! Time was when we would chop someone's head off and we would run around the street with it on a stick. Vive la France! That was nice times. Now, we are soft and miserable just like you. Hey, I'm not miserable. Well, then clearly you do not watch enough television. You enjoy the bright lights and the big cities and the hope that maybe one day you become rich and stupid and your people, maybe you can make a nice little TV show with you and your friends. Hey, knowing my friends, I hope not. Well, I do not come to Liberty City to watch television. I come to fuck and get high. What else is that? Oh, I don't know. Family? I had a family. Meaningless. Honor? Psst! Don't make me puke. No, my enemy. I had to tell you, my friend. Nothing matters in this world apart from getting your rocks off or getting so out of it you don't realize you haven't got your rocks off. I like a man who is so focused. Have you got a car? I'm not sure I want to go to a car or something. Oh, relax, relax. Let's go for a drive. I like you. You find things as ridiculous as me. That's right, I am. Hey, my, my, my Wagen. Oh, there. Can we go there? You can watch yourself on television. The numbers. The real time. The TV. Komisch, nicht? Es gibt noch andere Nationalitäten, die rassistisch sinken. Und nicht nur die Deutschen oder die Österreicher. Würde der Rest der Welt gar nicht denken, hä? Vor allem die Amerikaner. Die Schlimmsten. Ne, egal. Das war jetzt ein Scherz. Ich hab nichts gegen irgendjemanden. Egal, woher er kommt. Solange er mich nicht anpisst, mag ich ihn. Ist einfach so. So lange ein Mensch nett ist, mag ich ihn. Ganz einfach. Also wenn ihr nett zu mir seid, ja, dann mag ich euch. Und andersherum auch, wenn ich nett zu euch bin. Äh, was rede ich eigentlich die ganze Zeit über? Das sind relativ kurze Missionen, nicht wahr? Na gut, würde ich mal sagen, das war's für den Anfang. Also den Anfang. Ich habe ja ein, zwei Monate jetzt nichts mehr aufgenommen. Dementsprechend war das wieder mal ein Anfang für mich. Wenn ich mal ein bisschen weiter mache. Also wollen wir es nicht gleich übertreiben. Deswegen sage ich einmal, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielleicht fahre ich dann besser. Vielleicht auch schlechter. Wer weiß. Auf jeden Fall verbessert es sich nicht. So wie ihr jetzt seht. Na gut. Ich bin Eurys077. Das war's. Bis dann. Das war irgendwie unspektakulär. Naja, bis dann und ciao.